Ja, servus und willkommen wieder bei mir auf dem Knall den Bullenmarkt TV. Heute schauen wir uns ein Unternehmen an, welches Ideal passt für diese Vorweihnachtszeit, für die Weihnachtszeit, wenn man durch den Laden geht und die ganzen Milka-Weihnachtsmänner sieht. Denn wir schauen uns Mondeley International an und somit eine süße Versuchung fürs Depot und eine Aktie, die perfekt in die aktuelle Weihnachtsstimmung passt. Aber bevor wir näher eingehen, reingehen in die Unternehmensanalyse. Kurzen Disclaimer, ihr kennt es ja. Alle Texte sowie die Hinweisenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Sie wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlichen zugänglichen Quellen übernommen. Alle zur Verfügung gestellt Informationen dienen allein der Bildung und der privaten Unterhaltung. Eine Haftung für Richtigkeit kann in jedem Einzelfall trotzdem nicht übernommen werden. Sollen die Zuschauer dieses Videos sich die angebotenen Inhalte zu eigen machen oder etwa einen Ratstegen folgen, so handeln sie eigenverantwortlich. Und mit diesem Disclaimer starten wir auch direkt rein in die Historie. Denn hier Mondeley, finde ich, hat eine super interessante Historie. Denn das riesige Markenreich Mondeley hat seinen Ursprung bei Kraft Foods beziehungsweise bei Philip Morris und Altria. Denn für mich persönlich fängt die sinnvolle Betrachtung von Mondeley erst seit 2013 an, auch wenn man in den ganzen Charts natürlich auch das alles vorher auch schon sieht. Aber durch die ganzen Abspaltungen und dann praktisch der Filmierung Mondeley international, vor allem eben ab 2013. Aber gehen wir mal zurück ins Jahr 1903. Kraft Foods wurde mit Zweck eines Käsehandels gegründet. Und dann, ja, 85 Jahre später, übernahm Philip Morris, also der Tabakkonzern, oder der global ergehende Tabakkonzern Kraft Foods. Dann hat Philip Morris in diesem Zusammenhang auch Kraft Foods noch mit General Foods fusioniert. Dann hat man noch den Schokoladenhersteller und Kaffeeröster Jakobs übernommen. 1993 fusionierte man dann Kraft General Foods mit Jakobs zu Kraft, die Jakobs Suchat. 2000 übernahm man dann noch Nabisco, das war ein Weltmarktführer im Bereich Kekse, Kuchen und Snack. Also hier sieht man schon, hat sich ein sehr großes Portfolio, vor allem auch an Süßwaren und Kaffee, eben zusammengestellt. Und dann 2007 brennte sich Philip Morris aufgrund von Klagen im Tabakgeschäft von Kraft, weil sie einfach diese sparte Consumer Goods nicht mit den Tabakklagen ineinander bringen wollte. Kleiner Exkurs. In dem Zusammenhang hat sich natürlich auch dann Philip Morris in Altria umgenannt. und also für das US-Tabakgeschäft und Philip Morris International eben für das globale Tabakgeschäft. Aber kleiner Exkurs zu Tabakaktien. Auch interessante Aktien, Dividendenaktien generell. Aber zurück zu Mondelez. Dann hat man eben Kraft Foods gehabt als einzelnes Unternehmen. Man hat hier auch dann die Kekssparte von Danone übernommen, wie zum Beispiel Lou oder auch Mikado. 2010 übernahm man dann den britischen Süßwarenhersteller Cadbury, auch bekannt für eben Schokolade etc. Dann 2012 teilte man dann Kraft Foods in zwei eigenständige Unternehmen auf, nämlich einmal Mondelez International und die Kraft Foods Group. Kraft Foods Group kennt man ja hier, Ketchup etc. eins. und Mondelez International eben die Aktie, die wir uns heute näher angucken. 2014 gliederte man dann auch noch sein Kaffeegeschäft auf. Also das, was damals noch aus Altlasten von der Jakobs Übernahme aus dem Philip Morris Konzern da war, hat man dann sein Kaffeegeschäft ausgegliedert in ein Joint Bencher mit einem holländischen Unternehmen. und jetzt hält man oder hat man 2014 eben 49% an der JDE gehalten, oder Jakobs etc. viele Kaffeemarken dazu. Mittlerweile ist aber die Beteiligung, ich meine auch auf 18% eben zurückgegangen. 2018 verkaufte man sein Käsegeschäft für die Bereiche Afrika und Asien und 2022 verkaufte man auch sein Kaugummi-Geschäft für den Bereich Europa, Kanada und USA. Ja, soweit mal zur Historie. Also man sieht hier viele Übernahmen in der Historie, dann Ausgliederungen. So richtig entstanden aber Mondelez International mit dem Fokus auf ihr Snacks, Süßwaren, Schokolade. Also eben vor allem in dem Jahr 2012, Ende 2012 und somit für mich kann man das Unternehmen dann ab 2013 richtig betrachten. Zu Steckbrief, bei einem Kurs von 71 Euro, es war letzte Woche noch, hatte man eine Market Cap von 96,7 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz war 31,5 Milliarden US-Dollar und die Guidance für dieses Jahr beträgt 35,9 Milliarden US-Dollar. Also ein ganz schön riesiges Unternehmen, was den Umsatz angeht. Aktionärstruktur überwiegen natürlich Fonds, investiert jetzt keinen direkt Großaktionär. Macht auch Sinn dadurch, dass es ja alles ein bisschen Monopoly war bei diesem Unternehmen. Der CEO ist ja Dirk van de Poot. Seit 2017 auch ein CEO mit sehr, sehr viel Erfahrung, denn er war zuvor, bevor er zum Mondelez kam, war er zunächst bei McCain. Also kennt man ja diese Pommes aus einem kanadisches Unternehmen. Der Mara für Danone im Bereich Americas zuständig, war auch mal im Bereich Pharma für die Autisierer, also Over-the-Counter, Artikel von Novartis eben zuständig. War bei einem großen Wettbewerber, nämlich Mars Marketing, eben tätig und war auch bei Coca-Cola in Marketing tätig. Also man sieht hier auf jeden Fall schon viele Stationen auch im Konsumgüterhandel, nicht zyklischer Konsumgüterhandel, also ganz normale Produkte des alltäglichen Gebrauchs. Mitarbeiter hat Mondelez auch weltweit 91.000 und egal ob ihr den Nasdaq 100 oder den S&P 500 oder natürlich den MSCI World habt, Mondelez ist überall mit dabei. Also selbst im Technologieindex Nasdaq ist Mondelez dabei. Dann gehen wir doch mal recht zügig zum Geschäftsmittel über. Aktuell besitzt Mondelez fünf Geschäftsbereiche. Ziel ist es aber seit der Abspaltung Ende 2022 sich auf den Kernbereich zu konzentrieren und dieser betrachtet im Chocolate, Biscuits and Baker Snacks. Aktuell ist man hier bei 80% des Umsatzes angekommen, welches man in diesen zwei Kategorien übernimmt. Also Chocolate ist eine Kategorie und Biscuit and Baker Snacks die andere. Dann schauen wir mal an, was es noch so gibt. Zoomen wir einmal hier rein. Hier sieht man, Biscuit and Baker Snacks macht mit 50% schon den größten Anteil aus Chocolate 30%. Also so kommen wir eben auf diese 80% des Gesamtumsatzes aus dem Jahr 2022. Dann hat man hier noch German Candy gehabt, Cheese and Grocery, Beverage, German Candy hat man jetzt ja auch nochmal was verkauft. Deswegen wird hier beim nächsten Jahr auch weniger Umsatz steigen. Und dann in Relation natürlich die Kernbereiche mehr Umsatzanteil dazu stoßen. German Candy, Cheese and Grocery, Beverage. Da gehe ich jetzt überall nicht so im Detail drauf ein, weil eben hier diese beiden Bereiche schon 80% des Umsatzes ausmachen. Und eben auch das Ziel ist hier noch konzentrierter zu sein, sodass man schon auf 90% in den nächsten Jahren hochkommt. Aber was man sagen kann ist, gab es jetzt einen Verkauf, Cheese Grocery ist zum Beispiel, wenn ihr jetzt hier unterwegs seid, in eurem Aldi, Lidl, Edeka, Rebe, wie es alle heißen. Und ihr kauft in Philadelphia, dann gehört dieser Philadelphia. Wenn ihr mal drauf schaut, steht da auch Wondel International drauf. Also Philadelphia ist eine der großen Marken eben außerhalb von diesem Süßwarengeschäft. Aber genug zu dieser Umsatzaufteilung, der wirklich hier sehr starken 32 Milliarden Euro Umsatz und 31,5 Milliarden Euro Umsatz. Schauen wir uns aber nochmal die zwei Hauptbereiche im Detail an. Also grundsätzlich werden 60% der Umsätze in Industrieländern abgewickelt. Das heißt, man hat auch ein gewisses Exposure eben in Schwellenländern, kann somit nämlich auch dann vom Aufstieg der Schwellenländer, von der Erhöhung des Wohlstands der Schwellenländer, dass sie halt auch eben einen Oreo-Keks oder ähnliches Essen eben dann auch profitieren. Das heißt, hier 60% Industrieländer, wie zum Beispiel Europa, Nordamerika und eben der Rest dann Schwellenländer, Asien, Lateinamerika und so weiter. Also Europa ist tatsächlich der größte Markt von Mondelez, nämlich mit 36% Umsatzanteil, oftmals ist er in Nordamerika der größte Bereich vor allem als nordamerikanisches Unternehmen. Aber Nordamerika kommt nur mit 31% Umsatzanteil eben ins Gewicht. Das Markenportfolio umfasst aktuell eben 40 Marken, teilweise sind es eben globale Marken, die es überall gibt, wie zum Beispiel in der Oreo, aber eben auch teilweise Local Diamonds, wie man sagt, also lokale starke Marken, die zum Beispiel nur in gewissen Ländern oder Kulturkreisen eben vor allem angesagt sind. Aber schauen wir uns erstmal den größeren Bereich an, Biscuit, Biker & Snacks, wie gesagt hier 15,6 Milliarden Euro Jahresumsatz, 50% Umsatzanteil. Seit 2016 ist man hier auch mit 6,7% per annum gewachsen, geht natürlich zurück auf Preiserhöhungen, Mengenwachstum, aber auch Übernahmen. Die Top Marken, welche man hier als Unternehmen zu diesem Bereich dazuzählt, sind halt unter anderem Oreo, Ritz, Chips Ahoy, Lou oder die Tuckkekse. Ich glaube, man besitzt hier laut eigenen Angaben eben 17,2% des weltweiten Marktanteils und die Marktgröße wird mit 111 Milliarden US-Dollar angegeben. Zum zweiten Bereich hier, der dazu gehört, nämlich Baked Snacks, gehören laut Homepage eben drei Marken und darunter 7 Days, also die kennt man ja zum Beispiel von diesen Choco-Croissants oder ja, dieses gefüllten Croissants, Cliff und auch Perfect Snacks. Das ist der eine Bereich. Der andere Bereich ist dann Chocolate, wo nochmal 9,5 Milliarden US-Dollar Umsatzanteil generiert wird. Denn hier ist man seit 2016 mit 3,5% bei annum gewachsen, kommt aber natürlich auch immer darauf an, in welchem Bereich man mehr M&A macht. Hier sind die Top Marken, jeder kennt sie, die Milka, dann gibt es noch die Toblerone, Cadbury, Codor oder Dime, welche hier vor allem global agierende Top Marken sind. Weltweit ist man hier mit 12,7% Anteil ebenso gut im weltweiten Markt vertreten und die Marktgröße wird hier von Mondelez über die Quelle Nielsen, also einen Marktbeobachter auf 120 Milliarden US-Dollar eben betitelt. Gehen wir mal kurz nochmal auf die Strategie ein, denn der Fokus von Mondelez liegt seit der Ausspaltung, wie gesagt, auf diesem Kerngeschäft. Daher hat man viele Abspaltungen, wie zum Beispiel auch den Verkauf des Kaugummi-Geschäfts getätigt und auf der anderen Seite fühlt man immer mal die Akquisition aus, denn allein seit 2018 wurden 9 M&As getätigt, also 9 Unternehmen übernommen. Anfangs, nach der Abspaltung, konzentrierte man sich vor allem auf Kostensenkungen die ersten 2-3 Jahre, dann auf Wachstum, also hier nahm man vor allem im Leverage, also über Kredite, dann auch Merger und Acquisitions getätigt und nun ist der Bereich, wo man, oder die Phase, wo man sich eben auf das Kerngeschäft fokussiert, Werte schöpft, Margen erhöht und nochmal gezielte Akquisitionen tätigt. In Zukunft möchte man natürlich ein starkes Wachstum immer noch beibehalten und das wird eben dadurch betitelt, indem man geografische Opportunitäten eben ausschöpft, also da, wo man noch nicht so aktiv ist, dass man die dort besser nutzt und auch in unterschiedlichen Preiskategorien sich ansiedelt. Also könnte ich mir vorstellen, dass auch in Zukunft zum Beispiel eine Premium-Schokoladenmarke noch dazu kommt, die dann mit einer Lind etc. vielleicht auch konkurrieren könnte. Aber nur meine Vermutung. Was eben grundsätzlich die Strategie ist, habe ich hier auch ein Screenshot aus der Investor Relations Präsentation mit reingenommen, ist, wie ich es jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, man möchte wachsen, hier sieht man Zeitraum, Zeitraum und man möchte hier auch wachsen, Organic Grow Rate über die Jahre und man möchte mehr Umsatz machen und sich mehr auf seine Kernbereiche eben fokussieren. Denn nach der Abspaltung war man hier mit seinen Kernbereichen nur bei knapp 60% des Umsatzes, hat es jetzt aber in den 10 Jahren schon auf 80% geschafft und die Vision ist, dass man hier auf 90% ca. noch ansteigen wird. Wenn man das dann erreicht hat, dann muss man sehen, wie es dann weitergeht. Vielleicht wird man sich auch irgendwann dann komplett darauf committen. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Zum Total Shareholder Value ist das Ziel hier, Double Digit Grow Rate, also über 10% Wachstum oder Shareholder Return zu erlangen. Wie möchte Mondeley das schaffen? Indem sie zum einen eben starke Free Cashflow Steigerungen schaffen und damit halt eben diesen Cashflow haben, um eine geeignete Kapitalallokation vorzunehmen. Wie kann man das machen? Einmal entweder durch Reinvestitionen, ins eigene Geschäft, Marketingkampagnen, Produktionsausweiterungen etc. Zum anderen kann man den Kapital nutzen für M&A, also andere gute Marken aufkaufen. Hier wie gesagt seit 2018 bereits neun Stück und kann eben durch diese Investitionen und Expansionspläne eben auch Marktteile gewinnen und den Umsatzsteigerungen. Ein weiterer Punkt für den Shareholder Value ist, Mondeley sagt, sie möchten den Dividenden jedes Jahr steigern. Also für uns Aktionäre natürlich ein sehr schönes Commitment. Da wir hier im Konsumgüterhandel sind, wird es vermutlich auch sehr sicher sein, wenn nicht jetzt irgendeine komplette Krise kommt und jeder mit Abnehmenspritzen keine Schokolade mehr möchte, was ich definitiv nicht glaube. Ansonsten Aktienrückkäufe. Ich meine ebenfalls machen in einem angemessenen Umfang. Seit 2018 hat man auch bereits 9 Milliarden US-Dollar in Aktienrückkäufe getätigt. Also sind ungefähr 10% vom aktuellen Wert, welchen man über diese Jahre bereits zurückgekauft hat. Soweit zur Info. Dann schauen wir uns mal das Marktumfeld an. Hier auch habe ich das Ganze ein bisschen unermauert. Mit eigenen Unternehmensangaben ist natürlich hier dann ein bisschen biased, weil man sich natürlich da nie zu schlecht darstellt auch. Aber wenn ich mal ein bisschen reinzoome, sagt man hier in den Bereichen, wo man eben tätig ist, ist man hier Biskuits Platz 1, Chocolate Platz 2, Cakes, Pesquise Platz 3 und Snackballs, also Wüssli-Riegel, Platz 3. Also ist man hier immer schön auf dem Siegertreppchen, damit die Marktgröße sehr groß. Aber wie es genauer aussieht, schauen wir uns jetzt einmal für den Bereich Chocolate und einmal für Biskuits an. Zunächst mal im Bereich Biskuits. Hier ist man wirklich unangefochten Platz 1. Laut dieser Marktstudie wächst hier auch, ja ich würde mal sagen, mehr als der Median, ungefähr Median mit. Hier sind natürlich Wettbewerber, zum Beispiel Campbells, Kellogg's oder Kielanova, haben eine Ferrero, PepsiCo und kann natürlich noch eine Lotus und so weiter noch mit anfügen. Aber hier sieht man es danach, also man hat hier einen sehr großen Marktanteil, danach wird es sehr fragmentiert. Fragmentierter Markt ist natürlich sehr schön für ein Unternehmen wie Mondelez, denn dann kann man auch mal kleinere Perlen sehr schön aufsammeln und in sein großes Markenportfolio eben mit aufnehmen. Anders sieht das Ganze im Bereich Schokolade aus. Hier ist man Platz 2, wächst allerdings ein bisschen stärker als Platz 1. Mars ist ja hier leider nicht börsennotiert. Börsennotiert, Ferrero auch nicht. Deswegen ist hier auf dem Siegertreppchen nur eine Mondelez als potenzielles Investment möglich. Ansonsten ist man hier noch mit Nestle auf Platz 4. Das ist natürlich ein sehr diversifiziertes Unternehmen und als weiterer Pure Play wäre eben Hershey's, allerdings mit Fokus auf Nordamerika, eben eine weitere Investitionsidee. Im Lindt gibt es doch natürlich auch, der Schweizer Unternehmen ist natürlich auch investierbar. Am Ritter Sport ist bestimmt noch ein starkes Name. Aber auch hier könnte ich mir vorstellen, dass Mondelez über die nächsten Jahre auch noch die ein oder andere schöne Akquisition tätigen kann, denn selbst hier sieht man ja noch lange nicht den ganzen Schokoladenmarkt abgedeckt. Aber so gut mal zum Marktumfeld. Was macht denn jetzt die Konkurrenz? Deswegen die Peer Group. Grundsätzlich, wir haben jetzt ja schon viele Unternehmen aus der Peer Group gesehen, egal ob börsennotiert oder privat geführt, ist grundsätzlich mal die Peer Group jedes Unternehmen aus dem nicht zyklischen Konsum. Wenn man jetzt runtergeht auf die Geschäftsbereiche im Bereich Chocolate, vor allem eben der Hershey Company, weiter sind natürlich Mars, Ferraro, Nestle, Lynch, Doc, wie gerade gesehen. Im Bereich Biskuits wäre jetzt sowas wie Campbell's, Kellogg's, Lotus, Bakery's oder Ferraro etwas. Wir schauen uns jetzt aber hier in dieser Analyse den direkten Vergleich zu einer Hershey an. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, da ich noch nie in den USA war. Hier eine sehr schöne Grafik mal wieder vom Aktienfinder, einfach sehr cool, wie man hier den Total Return sich hier näher anguckt. Ups, mein Fehler. Hier sieht man den Total Return, einmal den Laserpointer kurz gesucht und als Vergleich Hershey grundsätzlich über diesen 10-Jahres-Rhythmus, den ich hier gesucht hatte, hat eine Mondelez 140% gemacht, eine Hershey 126%. Hershey ist hier grün, Mondelez ist blau. Man sieht hier eine gewisse Korrelation auf jeden Fall zwischen den Unternehmen. Dann hat Hershey mal einen guten Sprung nach oben gemacht über die letzten zwei, drei Jahre. Über die letzten zwei Jahre ist aber jetzt wieder runtergekommen. Und dann Mondelez hier definitiv konstanter, immer leicht am Wachsen und eine Hershey, denke ich, muss man sich mal angucken, dürfte jetzt aber mit Sicherheit auch wieder attraktive Bewertungen mit sich führen. Genau, deswegen hier Total Return auf jeden Fall ein sicheres Investment. Jetzt keine Kursrakete mit einem Ten-Bagger, aber auch 140% sind natürlich auch eine sehr, sehr schöne Rendite mit einem, ich würde sagen, aktuell auch moderatem Risiko im Einstieg. Aber genug hier zur Peergroup, zum Vergleich, können wir uns vielleicht noch mal live im Aktienfinanz angucken. Habe ich hier natürlich wieder die Gegenüberstellung in Tabellenform gemacht. Beides in der USA gelistet. Hier zum gestrigen Kurs vom 15.12. hatte Mondelez 99 Milliarden US-Dollar auf die Börsenwaage gebracht, also nicht verwechselnd mit dem Steckbrief ganz am Anfang. Es war jetzt natürlich eine schöne Bullenwoche auch. Hershey Company bringt knapp 38 Milliarden, also ist hier Mondelez deutlich größer, auch internationaler aufgestellt. Der Umsatz, ähnlich zur Marktkapitalisierung, ist natürlich auch eben ungefähr dreimal so groß wie bei einer Hershey. Umsatzentwicklung ist dafür Mondelez ein bisschen schlechter mit nur 5% per anno. Ich habe hier explizit 2018 genommen und nicht 2014, also nicht den 10 Jahren, nicht den, ja, nicht den weiteren Rückblick aus dem Hintergrund, dass ja natürlich Mondelez auch die ersten 2-3 Jahre erstmal Kostensenkungen, die Divestments machen musste, also auch Sachen abgespaltet hat und so weiter. KGV-mäßig sind beide gerade ungefähr gleich nach der TTM-Basis. Operative Marge ist Hershey Company deutlich besser mit, ja, im Schnitt so 20 bis 23% in den letzten Jahren. Die Mondelez eben mit 14 bis 16% der letzten Jahre nicht ganz so gut. Man muss jetzt aber auch sagen, wer jetzt erst bei 14 bis 16% natürlich steht, hat natürlich auch die Chance durch eine Fokussierung aufs Kerngeschäft auch die Marge zu erhöhen und somit den Gewinn. Der Verschuldungsgrad ist Hershey Company ein bisschen niedriger. Ich kenne jetzt aber auch nicht die M&A-Aktivitäten. Mondelez ist natürlich hier eher ein bisschen leveraged, also nimmt Kapital auf, um dann auch was zu übernehmen. Von daher, aber alles noch im Rahmen. 2,6 denke ich, passt. Zinssenkungen sind eh wieder angekündigt. Von daher mache ich mir hier auch keine Gedanken bei der Verschuldung. Earnings per Share habe ich hier bei Mondelez eben Adjustment, Adjusted Earnings per Share genommen, eben um diese ganzen Umstrukturierungsmaßnahmen auch zu beachten. Mit 5% per annum ganz in Ordnung für den Konsumgüterhandel. Neu Hershey ist aber bei 9,3 und Adjustment sogar bei 12,3%. Auch in der Dividendenrendite sieht Mondelez leider etwas schlechter aus. Allerdings kommt man hier mit einem stärkeren Dividendenwachstum ums Eck. Ausschüttungsquote sind beide ungefähr bei 50%. Und Mondelez schüttet zwar ähnlich aus, aber gibt auch noch mehr Geld in Aktienrückkäufe aus. Und hier hat man seine Aktienzahl ungefähr in der Zeit 2018 um 1,7% per annum zurückgeschraubt. Wenn man sich jetzt noch mal einen Deep Dive also ins Rabbit Hole von Mondelez begibt gehen wir mal hier kurz rein sieht man hier Market Cap schön gewachsen immer über den letzten Zeitraum gab immer mal wieder Rücksetzer Aktienkurs aber auch hier in der Grow Rate sehr sehr schön Umsatz ebenfalls sehr sehr schön auch hier geht man wieder mit einem Wachstumsmarge von 14% dieses Jahr aus vor allem durch den Preis getrieben Rating Income würde ich jetzt mal drüber gehen aufgrund der noch nicht so langen Firmenhistorien seit der Abspaltung Earnings per Share Adjusted Earnings per Share hier auch sehr schön wenn man hier davon ausgeht dass man dieses Jahr wieder 16% erhöht wie angegebener Guidance wäre man hier bei 7,7% seit 2014 und 7,1% seit 2018 die Dividende steigert sich im Schnitt immer so mit 11% aktuell und hier Aktienrückkäufe ist natürlich schön wenn man hier sieht immer zwischen 1,5 und 2% was man hier in den letzten Jahren gemacht hat ich bin zufrieden mit diesen Fundamentaldaten wie Operating Margin wie gesagt hier können auch Expansion kommen so dass man hier stärker auftritt aber grundsätzlich ist es hier sehr sehr schön fundamental ein Unternehmen was sich gut ausgerichtet hat sowohl bei Dividendenwachstum Earnings per Share Aktienrückkäufe Umsatzwachstum auch über die letzten 5 Jahre mit knapp 6,7% also alles hier wirklich sehr gut im Rahmen dann gehen wir doch hier nochmal kurz hier drauf ein auf die Wachstumsraten hier sieht man Dividendenwachstum ein Strich nach oben Umsatz sieht man hier ja leicht Rückgang Stagnierung aber jetzt hier ab 2018 hier geht es dann leicht geht es dann wieder bergauf also ich denke hier jetzt erst der Anfang von der Wachstumsstory Marktkapitalisierung Aktienkurs eben auch schön immer mal nach oben mit leichten Rücksetzern also hier kann man sieht man auch dass man dann immer mal auch vielleicht gute Einstiegsmöglichkeiten bekommen wird und Adjusted Earnings per Shares aber hier wirklich auch sehr sehr konstant nach oben Marktkapitalisierung sieht man hier auch also 2018 wäre ein super Moment gewesen um einzusteigen als man dann auch praktisch hier die Kosten und Strukturen so in Einklang gebracht hat und seitdem dann auch wirklich sehr schön gestiegen ist aktuell eben hier bei knapp 100 Milliarden US-Dollar mittlerweile genau 5,4% jährliches Wachstum aber was sagt denn jetzt der Aktienfinder dazu der bestimmt schon jetzt drauf gewartet gucken wir hier mal kurz rein einmal kurz einen Blick in die Mondelez wie gesagt ich gehe hier nur auf die Jahre ab 2012 oder 2013 mache mal den bereinigten Gewinn und Cashflow sieht man hier sehr sehr schön geht es dann nach oben also wirklich toll eben Dividendenwachstum auch seit 2013 sehr sehr cool alle Rüsten gehen auch weiter von dem Wachstum aus also wenn man jetzt einsteigt vergünstigt man natürlich dann irgendwann in den nächsten Jahren sein Kursgewinnverhältnis durch die Unternehmensentwicklung wenn man die Marge sich anguckt 2013 sieht man machen wir die nette Marge mal kurz weg dass man hier auch in operativen Marge eine Gruppssätze hat aber man auch ja bei 16% ungefähr wahrscheinlich so seine Heimat hat aktuell war man ja 20,22 bei 12% das heißt hier hat man auch durch Marge und Expansionen natürlich wieder gute Möglichkeiten Aktienrückkäufe auf 2013 anwärts sieht man hier diesen schönen Rückgang den man durch Aktienrückkäufe auch tätigt von daher werden hier auch sehr gute Werte für Aktionäre geschaffen gehen wir eben auf den fairen Wert mal Irwin weg Dividende mal weg operativen Cashflow weg nehmen wir mal das bereinigte KGV aktuell ist hier der Schnitt 21 man hat aktuell 22er KGV leicht überbewertet wenn man aber davon ausgeht 20er KGV ist fair dann würde man hier eine Rendite aus ja von 9,4% eben schaffen was natürlich voll im Rahmen ist vor allem für so ein defensives Unternehmen wenn man davon ausgeht dass das KGV in Folgejahren noch wieder höher bepreist wird dann wäre man sogar auf die Arbeit 12,4% wenn man davon ausgeht dass Monolith deutlich günstiger ist dann würde man wenn es KGV 2026 mit 15 bewertet werden würde würde man eine Gesamtrendite von minus 3,3% machen 15er KGV halte ich für so ein wachsendes Unternehmen natürlich für gering von daher gehe ich eher von einem kontinuierlichen 20er KGV aus die Multiples machen wir auch mal bilanziert weg immer mal nur bereinigt rein sieht man aktuell ist man leicht überbewertet über dem damaligen über der Mittellinie man sieht aber auch dass man immer mal wieder Möglichkeiten hat auch mal unter einem 20er bereinigten KGV rein zu kommen von daher hier waren wir auch teilweise mal 18er 16er 17er von daher ihr einfach dranbleiben und ja denke ich schauen ob man jetzt einsteigen möchte und einfach entspannt abwarten möchte und Dividenden kassiert oder man auf einen geeigneten Rücksetzer wartet um unter den 30 Minuten zu bleiben was meine Zielmarke ist hier kurz nochmal meine Meinung grundsätzlich Wachstum in den letzten Jahren ist sehr sehr gut vor allem getrieben durch Preismoderte Zuwächs im Volumen Umsatz aus meiner Sicht vor allem durch M&A wird in Zukunft auch noch ansteigen wir haben Konzentrierung aufs Kernschaft finde ich gut so hat man eine gute Positionierung im Markt kann seine Marge auch verbessern denke ich durch Skaleneffekte mit dieser Aktie deckt man auf jeden Fall einen nicht zyklischen Konsum ab ich gehe trotzdem von einem attraktiven Shareholder Return aus auch wenn es eine defensive Aktie ist aus meiner Sicht gerade fair bewertet auf einen Mittelwert der letzten Jahre aber man kann definitiv auf einen Rücksetzer warten der wird mit Sicherheit auch irgendwann mal wieder kommen und dann könnte man voll reingehen oder man startet jetzt einfach mal mit einer ersten Chance ich selber bin nicht investiert habe es auf meiner Watchlist den Wettbewerber Hershey schaue ich mir auch im Detail an ansonsten lasst ein Abo da kommentiert gerne bis dann ciao ciao wir sehen uns